Willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2003 im letzten Part. Haben wir drei... oder vier? Ne, drei Leute, glaube ich, fertig gemacht. Vier, eins, zwei, drei, ja. Und haben gesehen, dass der Duellkönig der Karten Keith ist. Zumindest steht er da ganz oben. Aber vor... zumindest steht uns Edith erst mal im Weg. Du bist... weit gekommen. Ja, du bist stark. Du... willst... durch. Nein. Du musst mich erst im Kartenkampf schlagen. Was zur Hölle? Wie sprichst du? Warum sprichst du so abgehackt? Dunkler, böser König. Das hört sich nicht nett an. Es ist ein schwarzer Ordner. Fuck. Ja. Es war so klar. Ja, macht Sinn. Boah, ist jetzt gar nichts zu machen. Ich habe keine Karten in der Hand. Es ist doof, dass man hier nicht einzelne Sätze aufgeben kann, sondern wirklich nur das gesamte Duell. Aber naja. Dann wiederum ist es teilweise auch gut, weil sie da halt ihre Karten verschwendet, die sie benutzt. Dämon-Rufen zum Beispiel. Aber ja, okay. Das erste Duell. Wenn ich nichts habe, um Ice-Tief herauszuziehen... ...oder ich nicht starte... ...dann habe ich das erste Duell vor dem Doren. Fieses Hacken. Ne, weißt du, ich lasse sie erstmal durch hier. Dann sehen wir, dass du mir wegbespürst. Oh, meine Empowerkommon, das ist sogar okay. Den nutze ich nämlich als fieses Hacken. Und dann Eis-Käfer. Ich ziehe erstmal zwei Karten. So. Oh, er hat wieder einen dunklen Orkan, das gibt's noch nicht. Ich kann direkt aufgeben, ich kann nichts machen. Gegen diesen dunklen Orkan kann ich einfach nichts machen. Okay, einen kurzen Moment, ich... Ach, bleibt drauf. Ich habe jetzt keinen Bock mehr gegen dich. Ich probiere es jetzt zweimal mit dem Deck-Out, wenn es nicht klappt. Werde ich mir ein dunkles Deck machen. Nur um dich zu kontern. Geht's nämlich schon los. Hm. Genug zu der Handelsladung. Weil die wird sie definitiv nicht negieren. Das ist scheißegal, was ich auflege. Dann werde ich mir erstmal einen Täuschungs-Mantel holen. Bei denen war der definitiv auch nicht negieren. Scheißegal, was ich auflege. Gibt eh alles auf dem Fredhof. Damit muss ich mir einen Ladetermin holen und hoffen, dass ich ein bisschen Glück habe. Ach, dieser dunklen Orkan ist halt echt mies. Das ist doch eine Deckgründe, warum die dunklen Ordner mit die stärksten sind. Das hat auch nur die gegnerischen Sachen weggelegt. So, ich muss mir jetzt hier ein Ladeterminal holen. Ich würde einfach darum beten, dass ich was Gutes ziehe. Ich habe nur Ladeterminal. Ich würde mir gerne einen Eiskäfer ablegen, das wäre in Ordnung. Denn dann hole ich mir ein weiteres Ladeterminal, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Oh Gott, ist das ein Scheiß. Ich brauche halt definitiv einen Eiskäfer. Und irgendwas, womit ich seinen Eiskäfer gleich als erstes... Oh Gott! Ich glaube, dass ich jetzt erstes rauslocken kann. Und dann brauche ich selber noch einen Eiskäfer. Jetzt bin ich am Arsch. Oh, das ist doch unfair. Oh Mann. Man kann halt nichts machen. Ich brauche nur einen Eiskäfer und eine Sicherheitshalte und ich muss anfangen. Dann ist alles wunderbar. So allerdings wird es nicht. Oder ich brauche halt mehrere Täuschungsmanteln in der Hand, aber halt wirklich mehrere. Dann habe ich auch eine Chance. Jetzt muss ich halt hoffen, dass ich irgendwie neben dem Klinokan vorbeikomme. Das ist meine letzte Chance. Das ist sogar eine gute Chance gerade. Ich bin jetzt nämlich einfach gleich zu Beginn hier. Zugang verlangen. Hau ihr dann erstmal. Dann behalte ich. Täuschungsmantel um die Ohren. Ich hole eine Chrono-Balance. So, da kommt ein vieles Hacken. Welches ich durchgehen lasse. Ja, dachte ich mir. Jetzt mit der Handelsladung erst mal noch einen Eiskäfer holt. Wenn ich nichts mehr habe. Ich hole mir noch einen Täuschungsmantel. Wollte ich mir noch einen Enttäuschungsmantel. Ich finde, es ist noch eine Chrono-Balance. Oh Gott. Leider nichts. Oh Mann. Ich benutze meinen Enttäuschungsmantel. Und hole mir... Ah, gut. Ich habe noch eine hiervon. Das war das Wichtige. Ansonsten hätte ich mich jetzt verkackt. Ein fieses Hacken ist mir jetzt scheißegal. Ich ziehe einfach mal sechs neue. Fuck, kann ich nicht. Ich kann aber so. Ich kann gar nichts. Ach Mann. So viele fiese Hacken, ey. Ja, dann kannst du halt noch sechs Krampen ziehen. Ist in Ordnung. Ah, fuck. Okay, verloren. Stop. Hier. Mann. Dunkler Kahn und zweimal fieses Hacken plus ein Eiskäfer plus Karten, um noch mehr Zeug zu ziehen. Und das in beiden Runden. Das ist halt echt krass. Da kommt gar nicht dazu, irgendwas einzusetzen. Das ist halt das, warum gesteckte Decks so mies sind. Wir haben auf jeden Fall einen Enttäuschungsmantel. Und wir haben eine Kronobalance, welche gar nicht mal so schlecht sein wird. Denn wir benutzen am besten erstmal die Sicherheitshalle. Und den Eiskäfer rauszuziehen. Genau. Dann benutzen wir selber die Kronobalance. Und noch ein paar Karten rauszuziehen. Wenn ich einmal die Handelsladung ablege. Lade-Terminal und noch ein Lade-Terminal. Das ist ja nur ein dunkler Orkan und die zwei fiesen Hacken in der Hand. Ich hole mir mit der Handelsladung, nehme ich jetzt schnell, noch einen Enttäuschungsmantel. Diesmal habe ich sie ausgekontert, aber komplett. Jetzt muss ich sie weg mit der Handelsladung erneuern. Jetzt hat sie nur noch zweimal fieses Hacken. Ich allerdings hole mir jetzt so viele Karten, wie ich sie brauche. Da kommt das erste fiese Hacken. Ich ziehe schnell noch zwei Karten. Ich hoffe, dass mir das nur einen abdicht. Wahrscheinlich das fiese Hacken. Jawohl, ja. Dann benutze ich die Ico, die Triplus. und hole mir das fieses Hacken wieder. Welches er dann jetzt wieder ablegt. Weil Computer normal dumm sind. Mit dem Enttäuschungsmantel kann ich mir jetzt allerdings meinen Zugang verlangen holen. Wenn ich sie halt nur einmal habe und nicht viermal, wie die Tüten. Aha. Schon hat das nämlich wunderbar geklappt. So, da ziehen wir jetzt mal die schönen Karten. Wir nutzen ganz in Ruhe und zwischen ganzen Deckablegungen. Der hat sogar eine Löschmatrix. Absolute Hürde. Oh Gott. Alles Karten, die wir nicht begegnen müssen zum Glück. Nicht mehr. Denn wie jedes Mal haben wir sie an der Strippe. Und sie kann absolut gar nichts ergeben tun, momentan. Und mehr Karten zum Ablegen. Wunderbar. So, hier, nehmen wir erstmal das Tor des Elends und schlagen erstmal die wichtigsten Karten weg. Schau dir das an, ey. Vier Eiskäfer, vier dunkle Orkane, vier Chaos-Würste, vier fiese Hacken, zig Löschmatrixen, zig Zugang verlangen. Wow. So, würde ich mal sagen. Brauchen wir mal die Zutaten verlangen, erstmal weg. Falls ihr nämlich noch eine Chrono-Ball-Ausseinsätze, wäre schlecht, wenn sie sich mehr Karten ziehen kann. So, wir müssen mal schön drauf verzichten. Natürlich auf den dunklen Orkan kann man auch verzichten. So. Können wir aber gleich nochmal ein bisschen hier ablegen. Da will ich der nächste dunkle Orkan. Einen hat es also noch. So. Dann habe ich nochmal die Handelsladung. Welcher ich mir am besten in den Mikrogezyklus nochmal hole. um einmal mehr sechs Karten ziehen zu dürfen. Ist eigentlich egal, was ich wegwerf, fliegen eh alle gleich weg. Für Zugang verlangen. Also, ich weiß, ich habe sie damals so geschlagen. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Wahrscheinlich mit viel Glück. Und ich weiß, dass es damals auch absolute Hürde und sowas hatte. So, das dürfte es aber zum Beispiel nicht. Aber man könnte damit halt auch gewinnen. Aber ihr seht, dieses Deck, wenn man halt wirklich dazu kommt, ist eigentlich so schlagbar. Das Problem ist halt echt, wenn sie beginnt und den dunklen Orkan einsetzen kann, dann bin ich am Arsch. Wenn ich sie allerdings den Eiskäfer einsetzen kann und dann mit einem eigenen Eiskäfer kontern kann, dann habe ich auch gegen dunkle Orkane keine Probleme. Die Sagen sind dann zwar noch gemein, aber ich hätte mich erwehren können. So, Lade-Terminal. Ziehen wir noch mal ein bisschen hier. Noch ein bisschen ziehen. Welcher Phase sind wir gerade? Ich kann das nicht benutzen, also sind wir noch in der Phase. Ich will noch mal kurz in die her. Damit ich dann auch die Dingens benutzen kann, sobald ich sie brauche. Da ist dann kommt natürlich der unrechtmäßige Zugang. Um immer mehr Karten loszuwerden. Dann kommt natürlich noch Kugamladen. So viel habe ich gar nicht mehr gescheite. Dann würde ich mal sagen, hole ich mir gleich noch was. Und zwar hau mal nämlich erstmal die noch weg. So. Eigentlich ja, ich kann schon beenden. Wo mache ich das jetzt auch? So, wenn ich einfach in die Sicherheitshalle dann hat er nämlich nur noch fünf Karten. Dann hat sie nur noch fünf Karten. Das war's dann. Ich hätte mir jetzt auch noch mal Zugang verlangen sonst geholt. Aber brauche ich nicht mal. Und ich könnte es ja immer noch machen. Ich habe ja Handelsladung, ich habe Ladung erneuern. Das ist vollkommen egal. Sie kann jetzt keine sechs Karten mehr ziehen und damit habe ich gewonnen. das war definitiv ein richtig gemeines Deck. vor allem wenn man solche Decks spielt. Man kann sie eigentlich gar nicht spielen, weil man kann diese Decks nur effizient spielen, wenn sie halt wirklich gesteckt sind. Mein Kumpel, Marcel, was ist denn gesagt? Du hast es weit gebracht. Aber hier endet deine Glutschträge, Weißt du? Der Kartenkönig, äh, meine Wenigkeit ist perfekt. Er ist unkult zu verlieren. Geschnallt? Alles klar? Alles dann, auf geht's. Aber gerne doch, ich habe auch nur noch zwei Minuten. Naja, egal. Bombardierung Ordner. Okay, na, das kann was werden. Wir versuchen es natürlich erstmal mit dem weißen Ordner, aber ich vermute mal, dass es ein ähnlich gemeines Deck wird wie eben. Insofern. Mono kann noch was okay. Okay. Der Mon ruft Miotis Mon. Das ist in der Fall auch wieder ein Glutschleit-Ordner. Ich würde mal sagen, haben wir das Imperialdramon. Das Anglemon. Die Golden Aura weg. Das habe ich mir schon gedacht. Ich bleib einfach mal dabei. Ich hoffe, dass es kein Fehler ist. Die letzten drei Gegner hatten alle dunkle Orkanen. Ich habe da nur schwarz abziehen. Naja, dann gehe ich von mir aus. Wenn ich halt wenigstens noch eine andere Kart außer Zugang verlangen hätte, um seinen blöden Eiskäfer rauszuziehen, ich habe es einfach nicht. Da habe ich ein fieses Haken. Das heißt, das wird benutzt. Dann wird ein Eiskäfer geholt. Du ziehst zwei Karten. Ich ziehe auch zwei Karten. Und er zieht und zieht und zieht, weil er die Karten halt genauso ziehen, wie er es überhaupt hat. Jetzt wird er sich noch ein Programm auf die Hand. Die Frage ist, mal welches. So, hier kommt meine Digimon. Mischmatrix. Okay, krabbel dich auf. Saber Leomon. Okay. Feuerkanone. Nicht ganz okay. Löschmatrix. Auch nicht okay. Jetzt kommt noch ein Rappeltisch auch für noch ein Saber Leomon. Dann haben wir jetzt sogar immer noch eine Handkarte. Okay. Okay. Was soll ich denn da machen, ey, Mann. Ne, ein Galler, Mann. Ich nehme es halt recht trotzdem. Okay. Mit einer Liederlage wenden wir den Part. Im nächsten Part probiere ich es nochmal mit meinem weißen Ordner. Also, wir sehen uns. Bis dann. Wir sehen uns.